An der Hochschule Ruhr-West, als Hochschule für angewandte Wissenschaften, haben wir Schwerpunkte insbesondere im technischen und im wirtschaftlichen Bereich. Insbesondere fokussieren wir uns dabei auf Studiengänge, die unsere Absolventinnen und Absolventen gut darauf vorbereiten, hier in der Region tätig sein zu können und aber, und das finde ich eigentlich noch viel spannender, an den Lösungen der Probleme von morgen mitwirken zu können.